Hallo meine Freunde und willkommen zu einer weiteren Runde Let's Play Poker Texas Hold'em Spaß Ja, mit dabei sind der Steve und der Maurice Hi Leute, auch hallo von meiner Seite aus Nein, hallo Ja, ich habe mich eingeladen, auf die kann ich das Auf Option kann ich leiser machen Ja, natürlich Mark hat 1000 Euro, ne? Komm So ein Arsch So, Alter, das ging aber gar nicht hier Mit der Lautstärke, ich habe jetzt meinen ganzen Sound ausgemacht Ich habe schon vergesst, den Sound anzumachen Meine Güte, egal Ich mache das jetzt voll unprofessionell während der Aufnahme Scheiße, ach maaann Ich bin viel weiter, ne? Ich spiele das nämlich sonst immer mit Musik Ich mag das nicht mit Musik Nee, ich meine mit meiner Musik Und deswegen, aber in der Aufnahme Die Namen hier Superbonus, Steve, Computer 1 In so einem Scheißen Boah Da liegt aber ganz schön viel Geld in der Mitte, ne? Boah Soll ich da, jetzt bin ich, jetzt bin ich schon so reinge... All in here Das ist so risky Oh, Scheiße Keine Chance Lass ihm nicht den Pot, lass ihm nicht den Pot Es ist seine Strategie Komm Sehr gut, ich käme jetzt Nein Obwohl, doch, 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 doch Ich weiß nicht Könnte was werden Wenn jetzt eine Zahl kommt, habe ich es geschafft Ich hätte zehn und zwei schon zwei Paare Also, wenn ich jetzt noch ein Karo kommen, würde ich mich richtig ärgern So, gut, ich bin zufällig Ich hätte ein Drillig Alter, Leute Scheiße Oh, die Strategie funktioniert auch noch Kacke, kacke, kacke Wir müssten alle rausgehen, wenn er so eine Aktion bringt, eigentlich Aber ich bin auch noch der Big Blind, Alter Ich bin dick, Alter Aber so Oh, man, die Größe hat es irgendwie so runtergestürzt Einen Moment mal Ja, scheiße Die waren da ein Arsch viel Geld verloren Steve hat halt... Da kam gerade jemand bei mir rein Deswegen musste ich gerade einmal eben nicht... Du kannst weitermachen, ne? Ja, ja, ich weiß, ich weiß Ich gehe einfach mal auf Weiter Okay Die Musik ist vollständig davon Oh, ne Ach so Oh, oh, ne Was, sei das Komm mit, Alter, komm Ey, Alter, kommt jetzt, Alter Du natt, das ist jetzt auch nicht so viel Ich habe gerade gar nicht gecheckt, dass ich gerade all innen gegangen bin Scheiße Nein, oder? Doch Oh, bitte, ne? Das wäre jetzt immer richtig behindert Nein! Bam! In die Fresse Und jetzt? Jetzt kannst du zugucken, nicht rausgehen Na, jetzt bin ich schon rausgegangen Egal Scheiße Das war tisch Ich schneide das mal zusammen, dann gibt es ja noch eine zweite Runde Ja So, ich habe jetzt die Aufnahme beendet, Alter, scheiße Alter, ich habe das gar nicht gecheckt, dass ich auf einmal mit all in gegangen bin Ich dachte, ich kann nur 800, weil irgendjemand anders so wenig hat Und ich habe da gar nicht dran gedacht Ich bin einfach doof Ach, warte Wie lange dauert die Runde denn circa noch bei euch? Das ist ja unterschiedlich, das ist sehr unterschiedlich Wirklich, ähm, kann kurz sein, kann anfangen Dann gehe ich mal so lange aufs Skype und bis zum Brighton Und ich habe jetzt Kohle, Alter, 7100 Läuft bei mir Steve? Ja? Du brauchst mal so lange zum Gucken Mann Wow Computer 1, Alter Ist aber irgendwie ein schlechter Bluff Wie viel hat er denn? Wie viel hat er denn? Wie viel hat er denn? Also, ähm, hier, äh, äh, Nils Ich will auf Gamecom Warte, ähm, ich bin gerade überlegen, soll ich mitgehen oder nicht? Geh mit Mit Komm Ey, wenn Steve das sagt, ey, dann nicht Gönn dir Gönn dir Steve ist, Steve ist ein Swagger mit Hut Genau wie ich, also Mit 100 Oh, zum Glück bin ich nicht mitgegangen Ich hätte nichts gehabt Oh, Steve 200 Dollar 200 Dollar 200 Dollar Alter, läuft bei dir Läuft bei mir Läuft bei mir Der Heft und Deines Geldes erstmal ins Big Bleib verhauen Oh, der Computer 1, ne, der fickt erstmal weg Ja, Steve Äh, ja, ich muss, ich guck grad noch Facebook in den beiden, deswegen Ja, die gehen alle raus Ja, Markan nicht wahrscheinlich Markan geht mit Markan Markan, ne Ich geh gleich Hall in hier, Alter Oh, Mann Hm Liefer dir ein privates Battle mit Markan Oh, Steve Jetzt bin ich ausgeschieden Weil du Hall in gegangen bist Nein, ich hat Bei mir steht noch 100 unten So, Steve, dann kann ich jetzt sagen, was ich für Karten hab Krass Nein, Telefon Fresse What a weird place Da kommt das Telefon Ja, ja, ja Ach, scheiße, hier nimmt noch auf Ja Ja Super Passieren wir immer wieder, also Ähm, ja Ja, ist aber auch bald vorbei Ähm Ich spiel doch gegen Markan und Computer 1 Und der Pod ist 300 Was, wenn du das gewinnst, ne Ach so, setzt 12.900 Ja Komm Markan, geh Hall in, bitte tu es Ich steige aus Ah, schade Ich hätte fast ein Flasch gehabt Hallo Hohensohn Mit Flasch wär ich auch reingegangen, Orlin Ey, ich hab fast 7.000 Aufrufe, ne Noch ein, äh 69 Aufrufe Dann hab ich 7.000 69 Gott Ah, scheiße Ja, Markan 69, ja Ich versteh, was du meinst Ich geh jetzt mit, Orlin Komm Computer, geh Ja, Computer geht mit Und ich hab verloren User in your channel, time down Ja, ich bin raus Gut, ähm, ja, dann war's es auch schon wieder Mit dieser Folge Poker Wenn die zu kurz ist, dann kommt noch ein Match Falls nicht, dann nicht Ihr seht es ja gleich Äh, ich hoffe es hat euch gefallen Tschüss und bis dann Hallo meine Freunde Und willkommen zum zweiten Pokermatch Dieser Runde Dieser Folge Ähm Jaja, Storm geht gleich Olin Digga, ich hab neun Oh Ich bin raus Mäh Sowas lass ich mich mal gar nicht ein Ich auch nicht Nicht mal so wie letztes Mal, ne Ah Ja Einer raus Oh, Storm auch noch, ey Ist ein Kacken Ist natürlich erstmal stark Mudarki hat natürlich schon Mut gehabt Krang Ich fühl mich grad wie Stefan Raab, alter Jo Stefan Raab Bist jetzt am Puckertisch Jetzt seh ich auch mal die Namen Hier, da hinten bist du, gut Ja Hab die größte Eier Höchste Eier Grafikeinstellung genommen, die es gibt, ne Also nicht wundern Der abgeschnittene Rand hier links und rechts Das gehört zu das Ja, das ist so Da kann man auch nichts mehr regeln Das ist Ich muss auf jeden Fall mal gucken, dass ich einen Rahmen dafür irgendwie mache Hm Ich weiß aber nicht wie das geht aber Eventuell kommt der Vielleicht ist es auch Rand halt Ich umrahmen dich gleich mein Schatz Hm Hm Okay, ich hab schon mal was Oh, Alter Oh, 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 oh Ich hab Ich sag's nicht Ich sag's nicht, ich sag's nicht Hm Das ist perfekt, das ist perfekt Wie die letzten Penner mit Cent-Stücken Alter, wie die Leften Penner mit Cent-Stücken bubbles onion Total Geld gemacht. Ich bin jetzt mal lieber vorsichtiger. Ich hätte ein bisschen mehr setzen sollen. Ein bisschen mehr rausquetschen. Ich hab das Gefühl, da wäre noch was gegangen. Na, ihr Nudeln? Du Scheiße, Aiennudeln. Das ist Tuddel. Das Tuddel ist einzigartig. Auf viele verschiedene Feine. Superboni. Mal sehen, ob das jetzt ein Fehler war. Geht doch nicht. Wer übrigens mit den Pokerregeln nicht vertraut ist, ich weiß nicht, ihr müsst mir übrigens mal schreiben, was ich schon letztes Mal fragen wollte. Wollt ihr eher eigene Musik? Also von mir, meine coole, fancy Musik, die ich immer einspiele? Oder wollt ihr eher die Musik vom Spiel haben? Also ich kann später auch mal eine Folge machen mit eigener Musik eventuell. Also ihr müsst das dann halt sagen. Eins von beiden. Oh, dankeschön. Dankeschön. Sieben Euro, alter. Ja, gut, ne? Fast so viel Geld wie ich. 10 Cent, alter. Da fickt er schon weg. 20 Cent, alter. Ich bin Moneyboy jetzt. Uh, 20 Cent. Läuft bei mir hier. Wie der letzte Penner freut er sich über diese 7 Euro. Das ist echt bestimmt voll geil, wenn du nur 6 spielst oder sowas, du am Ende 60 Euro. Wenn du gewinnst, ne? Ja, nur das Ding ist verboten, ne? Alter, wieso hat die Maus den grad wieder ab? Das ist ja nicht verboten, du kannst ja Poker spielen. Trotzdem darfst du nicht um mit Geld spielen. Natürlich. Mhm. Guck an Regeln nach. Also du darfst, du darfst nicht privat oder öffentlich halt mit Geld spielen. Halt nur in Spiele, äh. Nee, du darfst, du kannst ja auch, du kannst ja auch mit Geld spielt privat. Du musst natürlich... Eigentlich darf man's nicht. Ja, hey, Güter. So weiß ich das, aber mir ist das eigentlich auch scheißegal. Ich glaub nicht, dass die Polizei zukommt. Ihr spielt Poker um Geld. Ihr seid sofort verhaftet. Ich glaub, man kriegt da schon so eine Geldstraße, wenn man dabei erwischt. Ja, ich mein das aber nur bei der größeren Veranstaltung, wenn du da zu fünft sitzt und halt Poker spielst, ne? Ja, hau raus. Ey, die Karten sind nicht mal draußen und du erhöhst schon mal kräftig. Normal, Alter, 60 Cent. Ey, nee, ey, boah, ey. Mach mal weiter. Mach mal weiter. Mach mal weiter. Ach, das war so... Vergesst es. Du kriegst meine 10 Euro nicht. Das war so klar, was hattest du? Das wüsstest du jetzt gerne, oder? Ja, irgendwie schon. Bestimmt braucht das nicht mal lange zum Hochladen, weil das so ne scheiß Qualität ist. Frisch bestimmt richtig wenig Speicher. Bestimmt ist das Video am Ende irgendwie zwei Gigabyte oder so. Oh, ich hab ein paar. Oh, geil. Ja, geil. Jetzt weiß ich nicht, dass du was hast. Deswegen geh ich nicht mehr mit. Du weißt, dass zwei Sechsen liegen und deswegen... Ach so, ja, ich geh's auch gerade. Doch, obwohl, doch... Ja, warte mal. Wenn zwei Sechsen liegen, haben wir alle ein paar. Dann hab ich auch ein paar. 1,50, mein Junge. 1,50. 1,50? Ach so. Hau raus. Ja. Ja. Mutter, okay, braucht wieder ein bisschen lange zum Nachdenken. Meine Damen und Herren. Ja, das ist übrigens 15 Sekunden. Das heißt, wenn ich 15 Sekunden nicht nachdenke, dann ist es vorbei. Ja, weg. Klack, klack. Geh ich mit. Gefällt mir, meine Frau. Gefällt mir. Alter, eskalier war richtig. Ich will keine Karten ab. Ich will Geld haben, Alter. Ja, perfekt. Ohoho. Ja, eskalier mal, ey. Was? Ja. Wie du hattest einen Flush, Alter? Ich hätte drei Tage gehabt. Ich hab einen Flush. Oh mein Gott. Jetzt muss ich aufpassen. Nur noch 12 Stücke. Erstmal richtig. Ich dachte nicht, dass das so gut läuft, dass du noch richtig hart erhöhst. Nochmal richtig so. Das ist doch geil. Oh, gucken. Scheiße. Oh, geil. Er macht 20 Euro, ey. Jetzt kannst du wieder eine neue Dose Zigaretten holen. Äh, Tabak holen. Ich will nicht rauchen, könnte ich. Ich muss all in gehen, Alter. No reason no fun, mein Lieber. No reason no fun. Ja! Was hast du? Bin ja raus. Nichts. So eine Scheiße. Guck zu, geh nicht raus, ne? Also nicht auf Ende klicken. Nur einmal weiter und dann nicht mehr. Den kannst du zugucken. Super. Falls, falls du eventuell verlieren solltest, ist es unwahrscheinlich, aber es könnte passieren. Sehr unwahrscheinlich gerade. Sehr, sehr unwahrscheinlich. Weil er hat wirklich gute Karten gefunden. Ey, wenn du jetzt gewitzt hast, hast du richtig viel Kohle. Ich weiß. Aber ich glaube wohl kaum, dass ich jetzt so eine Chance hab, Alter. Das hast du? Auf der Hand meine ich. Oh, Full House. Ohohoho. Alter. Nein, ich blö... Fuck it. Sag doch extra, geh nicht raus. Ich hab's vergessen. Und jetzt? Go. Er schreibt selber Go Mudaki Go. Ähm. Erstmal folgen die Scheißkarten, aber egal. Kann ich jetzt nicht immer noch zuschauen, so? Ich glaube nicht. Warte, ich guck mal. Ähm. Aber der Flush, ey. Der hat so gefetzt. Du hast mich abgezogen, Junge. Ich will mein Geld zurück. Dann, dann ziehen wir uns jetzt hier noch so ein bisschen weiter. Weiter. Ich hatte nichts. Oh, ja. Paar 7. Alle hatten Paar 7. Keiner hat. Was? Yeah, Mann. Voll geil. Läuft bei uns. Der Pod war auch irgendwie nur ein Euro groß. Was? Wow. Das hört mich mal richtig an, die Musik hier gerade. Die ist voll episch. Das ist gut. Ja, erstmal all in. Lils. 1,70. Der hat mich voll ab gezogen. Krasser Typ. Yeah. Geil. So. So. Ah, Mann. Ich kann meine Maus gar nicht pricken, doll. Was? Ich könnte mich jetzt 16 Euro erhöhen. Das ist gut, ich habe mehr Geld als er. Ich erhöhe. Boah, jetzt verliere, ne? My friend is a monster. Nee, ich könnte keinen. Ich kann keine Flaschen mehr haben. Dance Station hatten wir noch nicht. Yeah. Aber nein, ey. Wenn ihr mir jetzt sehen würdet, wie ich hier abgehen, ne? Scheiße. Oh, fuck, Alter. Der hat gerade 28 Euro gekriegt, der Arsch. Diese Dance Station Musik, die Musik Nummer 3, ne? Die ist mal richtig episch, Alter. Ich dance da gerade voll zu ab im Zimmer, man. Das müsstet ihr mal sehen, Alter. Fuck, Alter. Der Typ hat 35 Euro und ich noch 13. Scheiße. Richtig im Arsch. Oh, what the thing, don't want the bench ring, by the wake up on a macadam. Dibidibidum. Dibidibidum. Dabdum. 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 So. Und ich würde sagen... Tschüss von meiner Seite aus. Schaut mal bei dem ARC Games vorbei. Das ist auch unser Partner. Oh mein Gott, hast du gerade meinen Namen richtig gesagt? Ja. ARC Games. Das ist unser Partner. Also unser Kanalpartner, mit dem wir die Partnerschaft geschossen haben, okay? Also guckt mal bei ihm vorbei und abonniert ihn mal. Und schaut mal die Videos. Ich finde das ja von JustCourse2 am geilsten, ne? Und ähm, ja, ja, ja. Ich verlinke euch den mal unten und so. TS3 ist geil. Facebook und dies und das. Und tschüss. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Wie wir hart erhöhen, Alter. Was, 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 was ist denn da jetzt? Ähm, ich geh all in. Ernsthaft? Ey, geht mit. Scheiße. Sehr gut. Nein, nette Flasch. Oh, ich bin raus. Ahaha, jetzt bist du auch im Arsch. Null Euro, ja, dann, dann, ja, das... Perfekt, Alter. Beide haben Flasch gestorben. Ja, dann hoffe ich, diese nette Runde hat euch gefallen. Falls es euch gefallen hat, wie immer. Daumen nach oben. Guckt bei Maurice vorbei, der war heute dabei. Wie er gerade Cross Promotion, jetzt mach ich auch Cross Promotion zu ihm. Link in der Videobeschreibung, wenn ich nicht vergesse. Oh, ja, geil. Die Dude Manz TV. Ja. Machen coole Videos. Und so. Die Jungs, ne? Ja, richtig geil. Die ist sexy. Ja, sonst, ähm, tschüss und bis dann. Ja, das war's auch schon wieder mit dieser Folge Texas Hold'em Poker. Falls euch gefallen hat, würde ich mich sehr über einen Daumen nach oben freuen. Die letzte Folge findet ihr oben rechts und darunter findet ihr die Playlist des Let's Play Just Cross 2. Oben links findet ihr einmal den Link zu meinem Kanal und darunter findet ihr den Link zum Abonnieren, falls ihr es noch nicht getan habt und ihr kein Video mehr verpassen wollt. Ja, dann hoffe ich es hat euch gefallen und ich sage tschüss und bis dann. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen.